Hallo zusammen, mein Name ist Yannick Nagel von Open Handwerk und heute erkläre ich euch kurz unsere Angebotsübersicht. Unsere Angebotsübersicht ist gleich aufgebaut wie die Auftragsübersicht. Ich sehe auf einen Klick meine bestehenden Angebote mit eigener Spaltenanzahl, die ich wieder bearbeiten kann, mit den Punkten, die für mich wichtig sind. Wir haben eine Volltextsuche, das heißt nach Schlagwörtern, Postleitzahl, Ortschaften, Titel, die ich in meiner Angebotsmappe hinterlegt habe, kann ich dementsprechend suchen. Auf der rechten Seite sehe ich meinen Status. Den Status kann ich auch hier wieder selber konfigurieren mit einem Betreff, mit einer Farbe. Ich sehe somit, wie ist der Status meines Angebotes und kann auch hier wieder in die nächsten Instanz gehen. Wo habe ich das Angebot verloren? Wo muss ich vielleicht nochmal hinterher telefonieren? Wo ist der Status offen? Oder wo ist das Angebot in Arbeit?